Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trouble in Terrorist Town zusammen mit Afro Schnitzel Hallo SB Gaming bzw. Sepp Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen Kartoffelsalat Moin Punky Let's Zock Hallöchen Und natürlich Schoxig Hallo Die Welt hat keine Waffen Doch hat sie Vertraust du dem Spiel? Vertraust du dem Spiel und der guten Umsetzung des Spiels? Aber dir nicht Ja, wenn du dem Spiel vertraust, dann musst du jetzt hier auf diese schwarzen Kabeldinger springen Und gucken, ob du wirklich draufstehen kannst oder nicht Mach mal vor Nee Ich hab ja nicht gefragt, ob du dem Spiel vertraust, ich tue es mich nicht Seid ihr gerade auf dem Schiff? Ja, genau Nein, wir haben neue Maps gerade Hallo Punky Hallo Ich bin nicht dabei Intoleranz Intoleranz Oh ne, was steht da? Wintolet Wintoleres Winturrest Mach die Tür bitte wieder zu, ihr darf keiner rein Ja, ich geh auf die andere Seite Immer locker Ich mach hier den Überblick Ja, es hört sich an, ne? Wenn du über das Dach läufst, das hört sich so grausam Wie als ob du übers Dach läufst? Nein, so, so, hohl Als ob jemand an die Scheibe klopft So ein hohl ist da Nein Wie als ob jemand über einen Kopf läuft, der nicht gerade voll ist Nein, als wenn du wie eine Tür klopst vom Auto oder so Von außen Vielleicht haben die Dissons ja so gemacht Ich seh dich Also du hast die Tür offen gelassen Ja und? Echt, das zieht Dann, der schießt mich doch dafür Stimmt, ne an Schau mal Licht aus, wir werden gesehen Ich weiß auch, wer Traitor ist Wer? Du und Katurin, Allah Aua Ach, es gibt nur noch einen Zwei Traitor? Ne Aua Nein, es gibt nur einen Traitor Ich glaub, Schnitzel ist es Ne Panzerorti bestimmt Ja, Schnitzel, du schießt auf mich Ja, du bist der Einzige, der sich auf dem Dach Okay, Schnitzel war unschuldig Punky ist es, der hat mich gerade angeschossen Der ist genau in meiner Blickrichtung, Herr Kartoffelsalat Ja, ja Steht rechts jetzt Ich hab ja auch Musik Geht wieder dahinter Ich werde gleich sterben Huch Es tut mir leid, dass du ein Trunk bist Bitte haben Sie einen Moment Geduld Der nächste freie Slot steht für Sie bereit Nein Nein Warum nur Wie ihr synchron da runtergelaufen seid Aber ich bin ja auf so einen Vorsprung oder so Ich steh hier oben noch So ein Scheiß Ich bin da oben stehen geblieben Ich dachte mir so, nein, ich fall als erstes Und dann Ah Punky, ich weiß genau, wie es dir geht So, wer hat jetzt Schnitzel erschossen? Ich ne Äh, ja doch, ich Warum? Weil er auf mich geschossen hat Das müsst ihr unter euch ausmachen Da muss ich gar nichts mehr ausmachen Weil hier ist Doch, das Licht Ah Ah Ja Kann man In dem Menü wieder einstellen Also Servertechnisch kann ich nur einstellen Nee Ist der Filter jetzt oder was? Hä? Findet jetzt der blaue Pfeil Nee Ist der da drauf Oh, wo hast du dich vorher was gesagt? Ich schluck auf Ich Ist kalt jetzt drauf Was war das jetzt? Ja, weil ich glaube ich schon da hatte Deswegen Ja, sorry für die Ablenkung Aber die gute Nein Hier sterben alle Nein Noch einer Yeah Sterben, sterben Ich bin zwar kein Traitor Aber das ist schön Denn sie sterben alle Und der Traitor auch Vielleicht Warte mal Wenn du es nicht bist Und ich es nicht bin Kann es ein Schockseck sein Ja Oder Es ist Schockseck Nee Und es ist Kartoffelsalat Weil ich bin es nicht Hm Oder Ich bin es Und ihr seid es nicht Was aber nicht sein kann Weil die Zuschauer sehen Dass ich grün bin Und ein Niederfadenkreuz habe Also ich weiß, dass ich es nicht bin Also muss einer von euch beiden Also hast du ein blaues Fadenkreuz Richtig? Grün Aha Hm Aber wenn grün das neue Rot wäre Dann wäre rot das neue Pink Wiederum zur Folge Wäre das dann orange Und damit Sind wir uns wieder einig Hallo Oh, hier sind ein paar Diagramme Ist das die neue Sitzordnung Für den Bundestag? Ich hoffe Ich hoffe ja Also Wäre gut Also Es gibt sowieso nichts Ist auch egal Nein Streichen wir dieses Thema Das gehört sich hier glaube ich gerade nicht hin Hier sind Öfen Ich glaube die Wartungsarbeiten Sind auch schon lange her Ey Was lädt denn der hier alles runter Weil warum lädt der immer so langsam Das wissen wir nicht Hatte es doch über Steam direkt oder machst du das als Serverbeitritt? Ja Weil was Serverbeitritt dauert es glaube ich länger Ja Das habe ich auch gerade mitgekriegt So So Im ersten Der ein ab Sieben 100 MB sind Wow Ein Peanuts Wie kriege ich da Wie kann ich das Links Habt ihr das beigestellt? Ne Über den TTT Channel Da ist der Link Über die Kollektion Drin Wolltest du Du brauchst einfach nur die Kollektion Wieder abonnieren Ich schau wieder so ein scheiß Spiegel Der Spiegel mache mich noch Gut Jetzt ist die Frage Na gut Oh Mann Mhm 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 Punky? Ja Wo bist du gerade? Wo bist du gerade? Äh ich stehe doof rum Mhm Ich glaube du stirbst gleich Das ist doof Das ist doof Sollte das sein? Ne Weil du ihn gleicher siehst Vielleicht ist er auch gerade als Trader im Nö Und fehlt noch Warum stehst du dein Punky? Ah Weil gerade unser Partner mir eine E-Mail geschrieben hat und ich kurz darauf reagieren muss Ist ein ganz doofer Zeitpunkt aber lieber wichtig Gut Weiter geht's Mhm Es tut mir leid Für meine Abwesenheit Ich bin aber jetzt wieder da Ich bin aber jetzt wieder da So schau ich dir Kann ich dir das zum Vertrauen? Nein 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 Warum schießt du denn auf mich? Warum sagst du nein? Nein Vor allem weil ich mir auch nicht vertraue Außer in meinem Aim Ja gut Das ist bloß die Punky Let's Talk Community ne? Das ist die Kollektion ne? Hm Hm Okay Hab ich Naja ihr ist halt gut Also eigentlich sind es nur du und ich Und ich weiß Dass ich einen Headshot dir geben werde NICHT Dein Ernst Wie? Oh Schnitzel das war ja mal wieder unsere Glanzleistung Mhm Mit Glanz und Gloria Mehr Glanz als Leistung aber ja Vor allem ich dachte so Hä wie dumm ist denn der Mann? Muss doch nur Steuerung drücken und weh Und dann flieg ich einfach selber runter Und dann darf das Wenn nicht hoch ne? Nur runter Hm Bitte nicht auf mich schießen Ich hab noch keine Waffe Danke Das ist deine One-Way-Leiter Ich bin nur unschuldig Ach So ich hab ne Nägel Wer jetzt auf mich schießt Der ist garantiert tot Licht Mein Klapp Ich möchte Waffen Ganz viele Waffen Ganz viele Waffen Kannst du so bloß eine Eine tragen? Kann ich mal Bloß einen Revolver Oder Pistole Oder so Oh Revolver Du sagst Sei bist du deine Revolver-Hilfe? Vielleicht Aha Dich atme fest Kriegst du doch wohl nicht wirklich Weißt was ich dazu sage? Tod Du Mädchen Aha Fehlt überhaupt nicht auf Was? Der Lebel Der ist voll am Leuchten Ne? Tötet sich der? Oh mit 10 MB Du Hallo 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 Was machst du denn hier? Ich such meine Eltern Hallo Guck mal Verdammt Warum wolltet ihr denn? Ich hab's gehört Also weil du vorher mit mir redest Ich hab dem Omerang gehört Wenn du vorher mit mir redest Und mich dann erschießt Und ich dann schweigen muss Dann Ja dann ist als wenn du einem Polizisten sagst Darf ich erst die Sirene anmachen und sie dann erschießen Ja Das ist aber schön wenn man die Sirene anmacht Und die Sirene anmacht Dann hört man sie ja nicht mehr Die Sirene anmacht Oha Jetzt geht's los Ne F 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 wer fehlt denn jetzt da haben sich jetzt vorab spielt jomain das ist so sind zu glauben hier ich habe keine waffe bitte nicht schießen danke hast du ein glück dass ich einen sozialen tag habt ihr ein glück dass ihr gerade gestartet na gut schnitzel lebst du noch ja man fliegt ja gar nicht unendlich tief hatte man den schnitzel eigentlich gesehen ja den hört man gar nicht alles richtig einzukaufen und dann zu verwenden ich weiß ja wo du bald lebe warum wirst du sterben ich möchte mal anmerken die map hat einen fehler ich bin in dieser matrix gefangen der martwix punky war du hast gerade auch auf diesem haus aus dem schräg da hast du gesehen wo ich hingegangen bin nee das habe ich noch nicht gesehen zu dem zeitpunkt du warst auch auf diesem betonhaus da kannst du gegenüber auf das nächstgelegene haus auf das schräg dach springen ja genau mein gott wo ist nie das nächste haus da ist so ein haus direkt daneben schräg dach ich bin schon auf dem schräg dach ach nee nicht auf das dach du musst in das mit diesen hohen fenstern was da nicht genau daneben steht hier das was von mir ist oder was kann ich sagen ob das vermutlich wenn das neben diesem betonhaus steht ja und da gehst du die treppe nach oben ja du meinst das dach an sich oder was ja du musst halt oben auf das dach drauf von den dingen muss halt im haus die treppe hochgehen und da ist kannst du nach außen auf das dach springen ja du kommst da nicht mehr runter muss auch du musst hat erst mal auf das dach kann ja das zeigen wo ich bin ja ich bin tot aber ich guck mal wo du bist die Leute reden kann ich ich bin gefangen hallo kann leuchtsignale sein es ist kurz 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 ich habe keine munition mehr ich habe keine munition aber was soll denn der kack ich kann ich das sehen von hier ich weiß es nicht was soll denn das wieso wieso lebe ich hier überhaupt noch hä wieso ich hatte keine munition mehr warum legst du dich dann mit dem warum legst du dich dann mit ich wollte eventuell noch mit der thomas angehen ich wollte dich auch töten als den gedanken dazu hat dann hast du gedacht ich vertraue dem ich vertraue dem ne ich dachte das wäre munitionshoff schon LOL aber wie LOL 2 verräter und ich weiß das nicht boah was was schon die ganze zeit nicht ja das ist bei mir ich habe keine warte ich bin unbewaffnet ja ich war unbewaffnet oh oh mal sehen welche zwei verräter heute auf uns warten jetzt auf uns warten eigentlich müsste ja laut spielprinzip müsste es ja sein kartoffel und salat theoretisch wenn man heute mal ne diese aufnahmesaison überdenkt dann war ja soll ich dich jetzt umbringen oder gleich kartoffelsaleid schon sehr oft traiter ich ich habe nichts gesehen ich glaube nach 8 mal habe ich aufgehört zu zählen ich habe nichts gesehen hallo schnitze also eine traiter kenne ich schon mal ja was hast du denn gesehen oh ne jetzt ernsthaft ganz versteckt da sind wir gestorben weil 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 ich es gerade zufällig gesehen habe und mir das hier mal angucken wollte und du hast dich aber nicht ne und zwischendurch muss ich mal die hand von der Dings nehmen weil wegen so ok ja und hallo schnitze kann ich dir vertrauen hallo ja wenn du nicht mehr erläut dann komm mal mit dann komm mal hoch aufs dach also ich glaube ich auch die ganze Zeit dreh damit ihr beglaubt dass ihr die hier blüben ich will ja nichts sagen schoxig und panzer die sind komm mal her schoxig wo bist du ähm Panzerauti sagt zu schoxig kannst du mir vertrauen schoxig sagt ja natürlich weil sie traiter sind beide hallo gute combo komm ich hin ähm schoxig ja du kannst das hier an der fernbedienung aktivieren die fernbedienung wo da kann das schaf nicht durch die zur tür ja ich bin sicher dass du es nicht ja man hat das schaf aktiviert der Panzerauti war es nicht ja und du warst es auch nicht in der tat schnitzel ist tot dafür können wir glaube ich nichts nein was komm mal mit ich zeig dir jetzt auch mal da wow warte ich muss hier äh schoxig ja wo bist du denn warum hast du punky hier gefunden direkt hinter dir hä wo hä ich hab's dir in den gesehen stell dir doch mal selbst hier hin ich war ja hier ja ja komm mal mit dir du bist doch über den weg hier gekommen oder nicht und ich bin hier über die hecke über den roten container hier drauf gesporen diese stelle kannst du mir mal einen tipp geben wie ich hier wieder aus dem scheiß Ding rauskomme du gar nicht weil du bist da und da kannst du dann ja ne 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 und herumstehen was aktivieren hier jetzt komm mit du gar nicht du bist Trailer gar nicht guck mal hier hin ich werde dich nicht erschießen ja klar ich zeig dir jetzt wenn du das machst wenn du mich jetzt erschießt okay da würde ich vielleicht nicht reinspringen unter der Umstände ich weiß nicht was da passiert aber komm mit warte ich kann hier gar nicht reingehen schau hä wo waren das eben achso pass mal auf da musst du mal rein nein ich will da sicher nicht rein geh mal ruhig da rein dann siehst du gleich was cooles geh du als erstes 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 komm ich da wieder raus nein okay ich geh da rein tschüss spring mir nicht auf den Kopf ich hab nur noch 21 Leben also werde ich den Sprung nicht überleben warte ich fang nicht auf ich spring nach oben ist da keine Leiter wo du runter gehen kannst? nein weißt du was Schockstick wenn du Traitor bist mach ich's für dich wies wir leben beide ich hab auch nur noch 11 hä ich hab ein Leben mehr dazu bekommen hä du bist aber rot geworden ja ich hatte schon 12 Leben und jetzt hab ich 13 hast du nicht gesagt 21? ne doch stimmt egal das kann man leicht verwechseln ja okay wenn jetzt noch mehr hier runter kommen können wir einen Turm nach oben bauen dann kann dir keiner mehr reinfallen komm wir trotzdem raus wieso machen wir das? weiß ich nicht also ohne Witz jetzt ich komme nicht mehr raus das sieht aber witzig aus ja wir kommen ja auch nicht mehr raus hm was machen wir jetzt? wir bleiben hier stehen ok warte wir lassen das Schicksal entscheiden ich hab hier ne Plasma-Granate nein wenn ich die vorbei werfe und mit Glück da oben durch den Schlitz nach draußen werfe dann heißt das wir sollen leben nein warte ich ich schmeiß erstmal ne Rauchgranate dass man uns nicht mehr sehen kann wow ich seh absolut gar nix ich seh übelst viel ich kann unter die Map gucken ah ist das hell ich ich helfe jetzt die Plasma-Granate ich muss nur nach rechts gucken ok mach halt ok ich dachte schon da ist jemand das aber mein Spiegel ist wir werden sterben du bist so dumm guck Vielen Dank. Vielen Dank. Das sieht gut aus. Vielen Dank. Wo bist du? Ich meine, in der Folge war mir jetzt so langweilig, ich hab die ganze Zeit Karabassen gemacht und mich dabei angeschaut. Wow. Ich kam da nicht mehr raus. Schnitzel, wie bist du denn gestorben, wenn du Traitor warst? Weiß ich nicht. Hast du das mit Punky umgebracht? Hat er das demische Schaf benutzt sozusagen, ne? Oh, ist das geil. Na ja, Schnitzel. Hm? Warst du in dem Kamin? Ja, bloß, ich weiß nicht, warum der Boden auf einmal kaputt gegangen ist und ich dann gesprungen bin. Keine Ahnung. Sie auch nicht. Ei, 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 ei. Kann ich dir nicht sagen. Hi, Schnitzel. Guck mal hier, ein Taddeus, aber ohne Nase. Was, Taddeus ohne Nase? Ehrlich-Tel, was? Ja, Taddeus. Taddeus, kann ich dir vertrauen? Nein. Theoretisch schon. Wenn du grün bist, dann schaffst du. Ja, müsste funktionieren. Weiß ich jetzt nicht. Naja, müsste eigentlich funktionieren. Na klar, haben wir das schon gemacht. Ne, für dich. So? Ganz wichtig. Ich auch nicht. Ja, aber haben wir es da nicht gemacht? Was hast du da an? Ne. Ne, aber so hat es ein Tech an. Das muss ich dann später mal fragen. Vielleicht war es das schocksick. Oh, wieder einer tot. Es regnet Menschen. Er ist gestorben. Schnitzel, was machst du denn jedes Mal? Dein Kamin ist wahrscheinlich der tödliche Weihnachtsmann-Kamin. Das könnte es sein. Eigentlich bist du jetzt auch runtergefallen. Genau nicht. Ja. Ja. Nehme ich genau neben Stütze. Ich lebe. Ja. Schockseek, wollen wir uns wieder da treffen, wo wir letztes Mal gestorben sind? Ich bin unschuldig. Ich auch. Und solange du nicht schuldig bist, können wir das ja machen. Hallo, Sepp. Hallo. Ich treue dir nicht so ganz. Nicht? Hm. Ich werde beschossen. Wo? Wo? Man wurde von oben, glaube ich. Von Dach oder was? Von oben kann ich nicht sein. Hier bin ich nur nicht. Ich habe mich geschafft. Ja. Okay. Das war dezent dumm. Dann glaub mir halt nicht. Ich glaube, er ist da oben, nur. Kartoffelsalat sind da. Hä? Hallo, Sepp. Ein Feind. Geh weg. Ja, ich gehe weg. Ich wollte Schutz suchen von dem Typen da oben. Ich mache doch gar nichts. Ich stehe doch nur hier. Es war... Ich finde ich safe. Es war, glaube ich, nicht die, die du hast. Ding, länge drum. Hm. Ich glaube, ich gerade wieder Frame einbrüche. Kannst du nicht sagen. Spreiter bist. Ganz leider. Ich meine, wenn du in den Tradershop gehst, dann freundersiches Bild. Mist. Jetzt habe ich wieder 120 Fs. Auf einem 60 Hertz Monitor. Ich will auch noch mit 50. Keine Welt unter. Warum werden hier Fenster zerstört? Warum bist du Traitor? Ich bin doch nicht Traitor. Willst du eigentlich Traitor sein? Da wird zwei haben. Ja, ach, Quatsch. Ja. Kein Uck. Ich kenne das umgekehrt heute, das Spiel. Ja, also ich kenne es jetzt auch. Zepp? Ja? Guck dir, dass du nichts machst, ey. Halt dich genau im Auge. Da oben ist jemand. Das ist Kartoffelsalat. Warte, das ist nur da oben. Er schieß gerade auf wen? Ich schieß gerade auf Kartoffelsalat. Wieso? Der Verdacht besteht, dass er mich hier ein paar Mal angeschossen hat. Und Zepp, geh weg. Aber ich muss ja agieren, wenn du Kartoffelsalat schießt auf mich. Haben wir töten. So, damit bin ich inno, das heißt, ich muss euch jetzt untereinander gerne selber machen. Ja. Nice. Zepp, Zepp, Zepp. Und Kartoffelsalat. Wieso? Wieso komm ich da, ne? Das ist klar. Zweimal inno. Mit welchen Beweisen werde ich von Panzer-Audi eigentlich getönt? Panzer-Audi. Mit denen das schoxig unschuldig ist, weil der einen anderen Teammate getötet hat. Ja klar, ich töte meinen eigenen Teammate oder wie. Abmord. Tschüss, ja. Ach, ich muss. Stimmt. Ja, bis zum nächsten Mal. Das üben wir nochmal. Tschüss. 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 Tschüss.